Hubertus Heil bestätigt, Rentenanpassung im Jahr 2021 fällt im Westen aus. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Was sich ja im letzten halben Jahr vor der Jahreswende 2020 angedeutet hat, dass es wahrscheinlich aufgrund der Corona-Pandemie in den alten Bundesländern Bereich West keine Rentenerhöhung im Jahr 2021 geben wird, wurde nunmehr mit einer Mitteilung durch den Bundesarbeitsminister Heil erstmals von höchster amtlicher Stelle bestätigt. Im Bereich Ost wird es eine ganz leichte Rentenanpassung geben. Grund, warum es keine Rentenanpassung im Westen geben wird, ist ganz einfach. Das Jahr 2020 hat ab März coronabedingt so sehr lohnmindernd gewirkt, dass es also keine Steigerung der Rente im Westen ab dem 1.7.2021 geben wird. Es gilt in Deutschland auch noch die Rentengarantie. Das heißt also, mit der Nichtanpassung der Rente gibt es de facto keine Rentenkürzung. Näheres zum Thema Rentenanpassung 2021 finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel 08.21. 08.21. 08.21. 08.21. 08.21. 08.21.